Hallo und wir kommen zurück zu Let's Play Eden. Ja, wir waren hier gerade irgendwie so schön trepidant. Und wir wollen noch etwas weiter. Ja, und ich musste gerade eine Unterbrechung machen. Da gab es einen Fehler. Und ja, wo waren wir stehen? So, eine Fläche hier noch. Ach, wir machen das hier mit den Einzelheiten einfach später. So, das stimmt. Okay, wir wollen jetzt erstmal in der Haus. Also, das macht mir weg, weil da tue ich jetzt Lava rein. Dann sieht das so aus, als dass... Ja, Platten werden. Ja. Und dann machen wir hier vielleicht schon einen Schrank hin. Ähm, ups. So, was gibt's denn noch, was wir machen könnten? Naja, wir könnten noch ein paar Fenster reinhauen. Hier noch. Nein. Ein Rot. So. Hier noch. Nein. Und dann passt das. Okay, dann machen wir jetzt einmal so eine Treppe nach oben. Die auch mehr in weiß. Konfigieren. Das kann so hier hin. Und dann passt das. Das machen wir so jetzt mal so. Und das da weg. Da wurde es wieder ein bisschen verrutscht. So, so. Da sind wir eins rüber. Hier wollen wir... Da mache ich so zügeln. Hier oben können wir das vielleicht ein bisschen ausbauen. Vielleicht so. Soweit ein bisschen ausbauen. Hier hat man da auch mehr Platz, um das zu bauen. Also mein Freund hat mir auch gesagt, dass ich unbedingt seine Map let's playen soll. Dann können wir das ja mal machen. Ich spiele auf jeden Fall den Online-Modus. So. 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 No. So. 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 und ich weiß ich bin ich die Klinik nicht mehr und wir leben ich glaube der Partner sich dem Ende diesmal sprengen wir aber nichts in die Luft ich glaub das war's für heute bis zum nächsten Mal